So Leute, willkommen zurück zu Metro Exodus. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungsfäne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sieh mal dammter Kröpfel. Fäne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben vorhanden begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie? Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Weißt du das nicht? Hidden welche Arschlöcher haben unsere Lockerklautung jetzt auf Moskau? Also verfolgen wir es. Sind die Verrönten schliegen? Wohin? Hier gibt es doch gar nichts. Was ist denn? Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Machst du gar nichts, Junge. Penner. Ah, wieder was zu lesen. Offizieller Brief. Der Staatenbund der Ringlinie. Staatskasse an Oberleutnant Taubmann. Mobile Sondereinsatzgruppe. Kommandant. Herr Oberleutnant Bezug nehmend auf ihre Anfrage mit Formular. Anfrage mit Formular. 764-35 habe ich die Notausgabe von 6000 Militärpatronen Kaliber 762 in Gordon zu 200 Schuss genehmigt. Ich muss Sie jedoch an die Konsequenzen erinnern, sollten Sie diese Transaktion nicht als voller Erfolg erweisen. Ihre Operationen sind von unserem Budget eine ständige Belastung, wenn auch nicht ohne einen gewissen Flair und daher wohlwollend hingenommen. Dass Sie damit Ihr Kontingent überschreiten können, liegt nur an der Ihnen zugesprochene Vertrauenswürdigkeit. Bei der nächsten Kommandokonferenz wird dies sicherlich hinterfragt werden. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass Sie dieses Mal unbedingt ein zufriedenstellendes Ergebnis abliefern müssen. Und er zeichnet Y. Woloschkowski, Schatzmeister. Ja. Interessant. Ich weiß nicht, ob ich... Nee, hier muss ich nicht lang. Hier muss ich lang. Oder? Ich weiß nicht. Ja, Filter. Ich mich schon ans Plan. Möber, wo soll ich jetzt hin? Da sollte ich hier irgendwas machen. Nein. Häh! Ah, hier rein muss ich auch gut. Ich bin gegenüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Komm schon ganz ruhig da, die langlaufen. Das schaffen Artikel. Ich bin nicht bereit. Jermak, machen Sie sich bereit für die Bremsung. Warten Sie. Jetzt. Was zum Bremsen. Sofort Bremsen. Stopp, ihr Arschlöcher. Die Bremsen funktionieren wieder. Die Gottverdammter Mistkerl. Wir hätten sie auf der Städte erschießen sollen. Und Feuernabschieden. Befehlen Sie sich nicht zu fangen. Geigen Sie den Befehl zur Linie. Lassen Sie sich nicht zu fangen. Viel Befehl. Nur sichtbare Diener angreifen. Und die Lopper schon. Nicht auf den Kessel schießen. Arschlöcher. Halt den Druck. Du Arschlöcher. Du Arschlöcher. Du, deine Nakaid, deine Tochter. Ihr werdet alle nicht wie des Affeure behandeln. Sondern die tollwäßige Runde. Nicht schießen. Nicht schießen. Ich bin nur ein Heizhaar. Ich kann nicht. Du verdammter Kroppel. Verlässt Sie nicht mehr. Okay, so würde ich vielleicht gehen. Weitere Kehrer aus dem Weg. Feuer frei. Arschlöcher. Na los. Sie reißen uns noch in Stücke. Komm schon. Springen. Boah. Scheiße. Warte. Sehr gut. Ja, Mann. Ciao, du. Tonner Zug. Oh mein Gott, das Ja, Gott sei Dank geht es dir gut. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch Faschichte, Saboteure. Ja, wenn dann richtig, oder? Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich. Als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen. Aber ich, ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stephans Zähler zeigt Augenrunden. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens. Da schuldest du uns. Na ja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleichwerzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Das ist nicht ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel bevor Ation mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein! Ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt. Wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Ation, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wache erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau beflüchtet. Wer braucht schon eine Verratung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurückwählen. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Da sogar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass sie sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat das denn da raus? Falls nicht. Warte einen Moment. Was war das? Der Positionkurs für den Sammelpunkt ist 1-8-1-1. Wo soll diese Nummer sein? Bereich 1-8-5. Ich hab's. Sprech 5. Nur indem wir zusammenhalten, können wir alle Hürden überwinden. Der Berg hier am Antauro. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden Ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles. Verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Wir alle Überlebenden des Klos. Gibt es doch da reinstehende Frauen? Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein da mir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub oder was? Ah, das. Für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Was sie uns Anna nennen und gut ist, oder? Ach, fuck, so Hölle. Fressebuch. Macht besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer... Äh, ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Tritt mehr auf die Aufstieg, Bruder. Hey, Atyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Ja, Mark. Fall dann voraus. Jawohl. Nicht unter den Anfassern. Voraus. Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Wie geht's dir, Almascher? Setze deine Reise fort und erkunde weiterhin den Zug. Wir hätten frei von Arbor erwartet. Stattdessen haben wir mit einem Kugel von einem hässlichen Dreckskerl erwischt. Wirklich alles klar bei dir? Ich kenn dich doch. Nur damit du es weißt. Namen machen Männer interessant. Und wir werden ganz sicher noch vielen Frauen begegnen. Tritt mehr auf ihn nicht. Die Qualität ist richtiger. Und dann schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um auf dem Zug. Auf der Aurora. So, hier haben wir noch was zu lesen. Zustandsbericht. An Leiter der Bahnabteilung des Projekts Schild. Bericht zum Zustand des Schienennetzes. Nachdem ich auf ihrer Anordnung hin den Zustand des Schienennetzes untersucht habe, kann ich berichten, dass dieser hinter der Verteidigungsgrenze zwischen akzeptabel und gut schwankt. Somit stellt die Bahn eine Bedrohung für unsere Sicherheit dar, dass sich vom Feind zum Transport und zur Versorgung seinen Agenten dienen kann. Andererseits ist der Zustand des Schienennetzes innerhalb der Verteidigung nicht akzeptabel, was in naher Zukunft zu einem völligen Stillstand des Zugverkehrs entlang unseren am meisten genutzten Strecken führen kann. Damit wird die Verteidigungsfähigkeit Moskaus stark gefährdet, da unsere Transporte von Vorräten und Verstärkung unterbrochen werden können. Unter Berücksichtigung der genannten Situation bitte ich hiermit darum, dass das gesamte verfügbare Wartungspersonal angesiedelt wird, um die am stärksten betroffenen Streckenabschnitte der wichtigen Linien zu reparieren. Hierzu sollten die Schienen und Schwellen der Linie hinter der 101 Kilometer Grenze um Moskau genutzt werden, denn dadurch kann der Feind nicht mehr die Strecken nutzen, die durch die Stadt führen. Okay, klingt logisch. Was geht bei Ihnen? Na, wir können ein bisschen helfen, oder? Naja, es hat ja lang gedauert. Also, sehr groß ist der Zug nicht. Andrei Vanovich, wie lange hast du schon für diese Störsenderleute gearbeitet? Schon geil. Schaut euch mal diese geile Umgebung an, Leute. Nicht schlecht. Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Und nicht nur süß, sie hat so viele Düfte. Ein seltsames Gefühl, oder, mein Freund? Du hast dir mal davon erzählt, wie du deine Maske oben auf dem Ostern-Kinoturm abgenommen hast. Als du die Raketen auf die Schwarzen ausgerichtet hast, war die Luft damals bitter. Und wer weiß, hättest du diese Raketen nicht abgefeuert, wärst du vielleicht nie auf dieses Gebäude geklettert und hättest kein Signal empfangen. Das Leben ist schon seltsam. Ein zufälliges Ereignis zieht ein anderes nach sich, wie Glieder einer Kette. Und du ziehst diese Kette aus einem tiefen, dunklen Brunnen. Die Glieder kommen aus dem dunklen Wasser. Und was ist im Eimer am Ende der Kette? Das bleibt ungemäß. Daran muss ich oft denken, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Du kannst die Kette auch nicht fallen lassen. Du musst stets aus diesem Eimer trinken. Naja, Prösterchen. Und? Wie fühlt es sich an, der Moses zu sein, der in dieser speziellen Kette zieht? Ist es dumm, über so etwas nachzudenken, wenn ich mein ganzes Leben an Gefühle ausgeführt habe? Naja, nein. Ich bin so ein bisschen zufrieden. Etwa ein Jahr, schätze ich. Anfangs wollten sie mich an, weil ich Erfahrung darin besaß, anderen zu helfen. Sie erzählten mir von den Wetterstationen und Oberabdienstationen für... Ah, Rauchmärschmeine. Ach, tja. Was geschehen ist, ist geschehen. Ja, ich habe dich nicht davon abgehalten, auszunehmen. Ja, ich habe versucht, es dir auszunehmen. Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass wir nicht die Einzigen überleben müssen. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Freigabe. Das ist ein Staatsgeheimnis, verstehst du? Ich habe die Freigabe erst nach unserem Kampf um D6 bekommen. Sie sagten, ich müsste ihre Rekruten ausbilden, weil der Krieg noch nicht vorbei sei. Meinst du nicht, ich war schockiert? Wofür waren unsere Leute dann in D6 gestorben? Wofür habe ich meine Beine verloren? Aber ich verstand es. Weil der Krieg noch tobte, war die Sicherheit vorrangig. Unsere Leute hätten das verstanden. Also bitte, tu du es auch. Du hättest das bei allen in der Metro ausgeplaudert. Du bist ein Gottverdammter Prometheus, ein Messias. Du musst das Volk aus der Höhle fliegen. Meinst du, du hättest irgendwen gerettet? Erinnerst du dich an mit Stürzen? Was, wenn Moskau wegen dir gefunden worden wäre? Was, wenn Raketen zu uns unterwegs gewesen wären? Ja, das ist natürlich richtig. Wie auch, egal was sie von mir halten, ich bin kein Dessertal. Und ich werde auch nie einer sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht, mich zu entschuldigen, dann nutze ich sie. Was bedeutet, dass wir für ein Läufer des Parans stürzen, Ihnen helfen zu können? Dann, vor etwa zwei Monaten, bluten Sie einen ganzen Haufen Leute... Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Jamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben. Sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes. Und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Steht, glaube ich, sehr schlecht. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Jamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Sieht schon geil aus. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Das sind Menschen! Sofort brennen! Lagerla! Schüsse! Vier Personen auf einer Dreisine! Was? Alle Mann auf dem Führerstand melden! Eilung! Artyom, du solltest besser zum Führerstand gehen! Okay Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschau tschau. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.